Habe ich gar keinen Bock mich da irgendwie auf sowas einlassen Shark, Shark, Speedmarkering Lieferando Eröffnung demnächst, what the fuck? Und machen den auf Och ne, ich fass es nicht Alter, das kann doch nicht wahr sein Liebezeiten, 16.45 bis 22 Uhr Was sind das für ne Scheiße, ach komm ey Ach komm Oh nein, nein, nein Das kann doch nicht wahr sein Alter Meine Fresse Das kann doch nicht wahr sein Ohne Worte Ohne Worte Mann Uhhh Ja, Viertel vor fünf, Alter. Ich hab's gerade gesehen. Ich hab gedacht, die haben vielleicht Sonntagsmittagstisch. So eine Scheiße, ey. Ach, das versaut mir jetzt. Ich muss jetzt irgendwie mal in der Kühlschrank ein Stück Wasch oder so. Ich zittel schon, ey. Mann. Fuck, ey. Okay. 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 Vielen Dank. 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 Eine Packung Käsekrakauer mitbestellt. Gott sei Dank. Hast du schon reingeguckt? Ich noch nicht. Ich freue mich drauf. Oh, guck mal, der Reep. Jawoll. Aber man muss ja mal ans Limit gehen. Check, 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 check. Voyage, voyage. Oh, man, muss ja sogar... Da ist er ja. Da ist er ja, moin. Moin. Du hast jetzt doch bestimmt auch schon wieder angespielt, das Fischding. Ich hab's noch nicht runtergeladen. Ich hab's noch nicht runtergeladen. Ich hab's noch nicht runtergeladen. wir haben ja warten wir mal nee das habe ich noch nicht angespielt also doch das shark show habe ich mal gestern angespielt aber das war meine nerven aus gestern nichts um press down and move to control fish oh mein gott ist klein wie er sich denn ich muss das größe werden genau muss größer werden und dann kannst du hinterher ich kann doch kein seepferdchen fressen hallo weg hab's jetzt so die sind die höhe dadurch vor den do ach du scheiße geh weg nein lass mich schmecke doch gar nicht aber ich finde noch ein gerippe hallo aber krass dass er kein interesse an dich hat den habe ich ausgetrickst hallo jetzt hat er mir aber ein leben abgezogen die blöde sau na hoffentlich geht es dann in dem nächsten level weiter ok wieder volles leben alles klar ach ja ist klar was denn das für eine sauerei ich will mal so ein seepferdchen habsen hallo ich will mal so ein bisschen ich will mal so ein bisschen aber ich will mal so ein bisschen Kommst du da oben vorbei? Ja. Ey, wie oft kommt der denn? Hallo? Okay, ne? Oh Gott, er hat mich gleich. Alter, wie oft kommt der denn? Hallo? Geht's noch? Ach ja, du blöder Sack, ey. Ah, es kommt auf die Anzahl. Jetzt seh ich's grad, 27 von 30, alles klar. Das heißt, wenn ich jetzt noch einen kleinen Futter, müsste ich's haben. Ja. Alles klar. Das macht's natürlich einfacher. Das macht's einfacher? Ja, ich hab nicht gewusst, dann kann man kleine fressen. Du musst 30 Fische pro Level fressen anscheinend. Jetzt sind es wahrscheinlich... Ne, 30 Fische pro Level. Und dann ist das Level abgeschlossen. Dann brauch ich gar nicht dem Seefädchen hinterher rasen. Und halt den Heil, dem irgendwie wirklich auszuweichen, finde ich ein bisschen... Ja, manche auch unmöglich. Keine Ahnung. Ich kann machen, was ich will. Ich dachte, da hast du noch nicht runtergeladen. Doch, ich dachte, du redest über Happy Tree Fans. Ach so. Ja, das hat ich noch nicht runtergeladen. Zitteraal. Sie hieß ne Bekannte von uns früher immer. Weil sie beim Säck so rumgezittert hat. Die Sörte, die übelste Spitzen haben überhaupt Zitteraal. Ja, das geht bald. Das geht bald. Ja, zweimal hintereinander, ist klar. Dreimal hintereinander. Hallo, geht's noch? Ja, man braucht ja sowieso Online Achievements. Jetzt, also. Können wir da grad wegfarmen. Oh, jetzt kommen wir über dicke Dinge. Alter. Komm, ich bin beim Schweine wie der Pop, du. Krass. Komm, du, ich bin beim Schweine. Ein, schnapp man an den Händel. Ach, du Arsch! Wow, move. Das wird ja immer schlimmer. Ja, ey, was soll ich denn da machen? Da konnte ich jetzt gar nicht ausweichen, du Arschbläder. Ja. Schön. Pirate Lagoon Wo gab's das denn? Gab's das auf dem Mega Drive? Irgendwann hab ich das doch schon gespielt Das ist auf jeden Fall ein uraltes Spiel Der lässt sich aber auch nicht verscheißern, der Ich glaub, man muss immer wieder von vorne anfangen, oder? Ich weiß es nicht Ops Ops I I I Ach, direkt reingeschwommen. Fuck. Na toll. Ich glaube tatsächlich, man fängt immer wieder von vorne an. Ach, 40. Nein, 40. Ah, 40. Ah, 40. Ah, 80. Ah, 41. Ah, 40. Ah, 41. Ah. 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 Das war's für heute. Ey, wieso geht Pause nicht? Hallo? Alter, ich will nur mal pausieren! Was ist denn jetzt los? Jetzt. Passed 10 Levels in any Vault. Ah, nein! Der erwischte mich da oben. Scheiße, scheiße, scheiße. Ach so. was will ich denn da machen mensch nein auch schad shark power so sieht es aus ja wie ist es kämpfen da miteinander im level oder wie funktioniert das online match ich weiß ich glaube das ist gegeneinander glaube ich ich kann nicht einladen wieder flasht hier drüber waiting player waiting for players to film warte mal ich gucke mal wenn ich hier beitreten multiplayer waiting for player option zu was Das war's. Ja, was? Join now. Da komm ich aber auch oben nicht hin. Da komm ich da oben gar nicht dran an den Knopf. Lass uns mal gucken, ob auf TA was steht. Da komm ich aber auch oben nicht hin. Da komm ich aber auch oben nicht hin. Da kommt gar nicht da oben hin. Ich kann weder alle zum Spiel einladen, noch deinem Spiel beitreten. Ja, das ist komisch, ne? Ja, wie würde ich denn ein Spiel finden, davon mal abgesehen? Das verstehe ich da halt auch nicht. Ja, das verstehe ich. Wie soll man denn, wie soll man denn ein... Ich wüsste gar nicht, wie ich eine Session suche oder finde. Das ist komisch, dass man da irgendwie nicht beitreten kann, egal wie. Waiting for the host will start the game. Jetzt guck nochmal, ob du jetzt beitreten kannst. Ne. 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 Hä, wie soll das denn gehen? Wenn du jetzt hier einen Charakter auswählst, X drückst und A startest du zum Beispiel das Spiel. Ja, aber jetzt steht hier da, waiting for the host will start the game. Wenn ich jetzt auf ready drück, mit A confirm, dann startet er. Aber jetzt müssten eigentlich Leute beitreten können. Nur, ich wüsste gar nicht, wie man eine Session... Selbst wenn ich jetzt irgendwie eine Session beitreten will, ich wüsste gar nicht, wie das geht. Ja, aber es muss ja, es stand doch in der Beschreibung dabei, online. Ja, dass man das online, ja. Ach, warte, das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz. Was denn? Du kannst online spielen und kannst dir aber quasi alleine und dann zählt der Sieg dann trotzdem für dich. Also du spielst allein, also startest Multiplay online, startest ein bisschen Level aus und startest dann und dann... Ich hab's grad getestet und... Haha, die echte Schweini, wie der du, der kennt ja alle Tricks. Ne, halt Versus Mode, jetzt bin ich auch noch im falschen Modus, du, ich glaub's nicht. Ich hab einen guten Lehrer, ne? Ja, aber das ist ja blöde... 25 Matches sind online. Hey, ich bin doch jetzt auf Multiplayer gegangen, wieso steht denn da jetzt Versus? Hast du jetzt fünf Minuten runterlaufen lassen? Ja, ich hab ein paar Fische gefangen und kannst dann quasi die Zeit runterlaufen lassen, wenn du das so willst oder du sammelst halt. Oh, komisch... Ich versuchte ja auch... ...ein da vorbeizutreten, aber... Ich stehe jetzt nicht. Hier. Na ja, es war nicht teuer, trotzdem... ...sollte man dazu schreiben, dass online Multiplayer nicht geht, also das ist ja Schwachsinn. Local wird wahrscheinlich gehen, wenn man einen zweiten Joystick... Brauch ich jetzt aber gar nicht probieren. Ja. 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 Ja, ich glaub's hier gar nicht. Ja, ich glaub's hier gar nicht. Ja, genau das ist das. Und das find ich halt, ne, wenn er hier so vorbeifliegt und so, ne, find ich ja gut, aber der hat ja so ein Auge auf dich, ohne die Schutzblase bist du geliefert. Ja. Ja, selbst wenn du im Kreis schwimmst. Ja. 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 dass man auch die zeit nicht einstellen kann ja so ein minuten level wäre okay fünf minuten mal 25 100 da bist du zwei stunden na gut das lasse ich heute an beim fernsehen gucken dann laufen fertig 25 waren es ne ja genau alter jetzt krieg ich einen übergewichst und da ja geil war es eine kombo elektroschock das ist schon immer ein Payday haben verschiedene die fische sind doch glaube ich nur optischen unterschied oder oder sind die schneller irgendwie play one online match tatsächlich das ist ja ein schwachsinn vor allen dingen steht noch da lobby wo ist das lobby wenn keiner rein kann die bro die ist noch online den könnten wir für pd noch fragen ansonsten würde ich sagen gehen wir entweder auf das puzzle spiel dass wir das noch mal probieren wenn du da nervt du hast heute da fehlt ja noch eins hallo geht man mich nicht doch ja entweder frau mit dem bruder wenn er mitzocken will ich habe gestern abend hatte kein behalte nicht reagiert hatte ich extra gefragt und eingeladen mal schicken mal eine nachricht ein 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 Ah, du kannst sie Level auswählen, okay. Pass all Levels in all worlds in Singleplayer. Extra live. Eat the Crabs? Ah, man kann die Krabben essen? Echt? Muss ja groß genug sein, aber ich weiß nicht, was für eine Größe ist. Was lädt der Brudi mich denn jetzt in der Bördi ein? Wo ist denn meine da? Oh, der ist beweglich, habe ich das Gefühl. Der Zweite. Moin. Moin. Hast du heute Lust auf PD? Ich habe gerade gestartet. Ah, okay. Ich war letztens mit einem Freund drin, da haben wir nur noch was gefunden. Ich glaube, wir haben 20 Mal gesucht. Dann haben wir gesagt, okay, gehen wir wieder raus. Dann haben wir kein einziges Spiel gefunden. Ja. Ja, das hatten wir ja auch gehabt, dass man ein paar Mal neu laden musste. Ja, wenn sie das nicht fixen, dann ist das Spiel dem Untergang geweiht. Ja, definitiv. Wann ist jetzt, äh, wie lange sieht das jetzt aus? Vier, fünf Tage oder was, wo wir das probiert haben? Vielleicht haben sie ja schon was gemacht. Ne, es kam, glaube ich, kein Patch raus zwischenzeitlich, oder? Ach, Mann! Man hat aber auch keine Möglichkeit, irgendwie mal schnell vorwärts zu Dingsen. Gar nicht. Mal so einen Sport machen, dass du fliehen kannst. So, das war der erste Eindruck zu Shark Shark. Für das Geld definitiv nicht empfehlenswert. 14,99 würde einen Sinn machen, wenn es wirklich einen Multiplayer hätte. Aber Multiplayer allein durchzuspielen, das ist für mich kein Multiplayer. Das ist Schwachsinn. Da steht plattformübergreifender Multiplayer. Wie soll denn das gehen, wenn du niemanden einladen kannst? Stand da, plattformübergreifender Multiplayer. Ich meine, das Spiel ist schon schön, sieht doch schön aus und läuft gut. Aber plattformübergreifender Multiplayer sind wir dann doch weit entfernt von BBG Entertainment. Schack, schack! Setze mal eine Stream-Markierung. Und dann ist das ein Fahrzeugfahrzeug. Und dann ist das ein Fahrzeugzeugfahrzeugwerk. Und dann machen wir gleich wieder zum Freizeitern. Wir gehen jetzt hier an. Wenn ein Fahrzeug wird das Ganze gemacht. Danncji buttonet bitte ein. Vielen Dank.